Ja, ich guck doch nach oben. Was willst du? Ja, mach doch! Oh, Mann! Oh, Mann! Mann! Ja, ich krieg mir das. Ah! Ja. Das auch. Ich krieg mir keine Pistole! Ja, ich kriege keine Pistole. Ja, wie heißt das? Ach, Mann! Okay, okay. Und da fangen die Legs schon wieder an. Oh, ich hab ein 114er Pinja, geil! An meinem... Hä? So. Ich bin oben. Nein, ich hab mich grad bloß gewohnt, weil ich nicht ewig hinkonnte. Aber es war ja deine... Wand. Ne. Das war keine Wand, das war am Boden. Was mach ich hier? Ich weiß nicht, wie man zurück geht. Oh mein Gott, Hilfe. Hä? Warte, warte, warte! Oh. Warte. Ah. Ne, warte kurz. Hä? Was ist das denn für'n Scheiß? Ne, ich editiere jetzt wieder auf Kreis. Das ist mir echt umständlich. Oh, ne, jetzt wollte ich grad wieder auf L3 editieren. Ach. Jetzt fängt der Scheiß wieder an. Ich will die jetzt wieder auf Kreis ziehen. Aber wir sind heute mit meinem Internet los. Okay. L3 editieren. Ich bin nicht Kopfmannführer. Keine Ahnung. Wie sie mich zum Kopfmannführer macht. Hm? Wie sie mich zum Kopfmannführer macht wegen meinem Internet, was nichts bringt, weil wer... das ist mir egal. Ja, ich bin schon schlechter geworden als sonst. Oh, ne, ne, ne. Das ist echt so dumm, weil ich will die ganze Zeit auf L3 editieren. Verfekt und zugenäht. Ne, ich will aber auf Kreis editieren. Das fackt mich jetzt ab. Was ist das? Was denn? Nein. Hey, bist du runtergefallen? Mhm. Hab ich gemerkt. Komm doch jetzt mal runter, ich hör, du feitest nie. du machst jetzt bis nach Afghanistan hoch. Ja, ja. Na klar, kann ich später jetzt du schießen? Natürlich. Haben wir mich mal geschossen? Ja, deswegen ja. Es hat nicht geschossen. Ist ja das Problem. Ich hab keinen Bock. Ich kann alleine mit der Einfluss einfallen. Mhm. Ey, du bist unfair. Ey, du hast Jacke, weil das ist unfair. Das ist unfair, du... Ich hab dich... Hä? Komm, noch mehr. Geh weg. Was? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, du bist da! Natürlich kommt der Affe wieder angerannt. Hä? Ja, ich schwöre, du kommst immer so nah. Du auch. Nein, du kommst immer angerannt. Hä? Ich schwöre, aufzubauen. Hä, hab ich dir einen Hit gegeben? Nee. Nee? Klar hast du mir einen Hit gegeben. Hä, ich hab's nicht gesehen. So ein Lacker. Aha. Ich meine, ich geh auch gleich baue. Ich hab mich auch ab. Ich hör du... Nee.